Florida. Nach sechs Jahren endlich mal wieder hier. Was mache ich zuerst? Das perfekte Wetter am privaten Steg genießen? Eine Kajakfahrt im Atlantik. Die einzigartige Natur von Florida erkunden. Oder sogar nach Miami und Kultur erleben und am perfekten Strand relaxen. Hm. Ah, ich weiß. Ganz klare Sache. Oh, ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Florida. Das ist doch ein Wunder, überhaupt. Florida. Äh, ja. Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Florida. Das heutige Video wird ein Rentner- bzw. Urlaubs-Alltagsvideo. Ein kleiner Vlog. Ein Zusammenschnitt aus allen möglichen Dingen, die ich hier gemacht habe oder noch machen werde. Und wer sich nicht so wirklich für diese alltäglichen Dinge interessiert, keine Sorge. Es wird auch noch eine richtige Florida-Tour geben. Und zwar wirklich eine richtige Tour. Mit einem Tour-Guide, einem Hamburger, der hier in Florida ist und ein Tour-Unternehmen hat. Der hat mich ganz von West Palm Beach bis nach Miami geführt. Und es wird ein dreiteiliges Video mit richtigen Hintergrundinformationen, Geheiminformationen hier aus Florida. Eine lange, lange Tour haben wir gemacht. Die hat wirklich, glaube ich, 13 Stunden gedauert. Deswegen wird sie dreiteilig sein. Aber diese Videoreihe wird frühestens am Sonntag anfangen, weil das wirklich viel zu schneiden wird. Und ich bin halt gerade noch unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich in New York bin, überhaupt schneiden kann. Aber hören wir mal auf, lange rumzulabern und fangen wir mit diesem Video an. Hi Babies. Na ihr? Ja. Seht ihr, wir haben etwas richtig geiles zu zeigen, das du ein bisschen angeben kannst auf deinem Blog. Ich zeig bitte. Sie kann leider noch nicht so viel, aber er ist schon der Oberkörper. Okay, sitz. Beine. 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 Stopp. Sitz. Platz. Platz. Wait. Heel. Sitz. Speak. Oh boy. Hier, dann sitz. Hallo. Platz. Wait. Nein, nein, Platz. Hau ihm aufs Maul. Und jetzt? Hau ihm aufs Maul. Ja, sie ist aufgestanden, wo ich runtergegangen bin. Das ist wirklich ungenüsslich. Das war richtig gut, Alter. Schön gemacht, Vierna. Guckt sie euch an, wie sie hier sitzen. Schön gemacht, Vierna. Vierna und Falco. Zwei schöne Hunde. Falco, du auch, ja. Los geht's. Falco, kannst du den hier machen? Für den Schnitt? Warte, Falco, okay. Sitz. Schönes Auto. Schönes Auto. Warte ist das, Alter. Tesla. Ganz ehrlich, Tesla, toll. Aber diese Türen, total unnötig, Alter. Einfach nur unnötig, diese Türen. Hast du jetzt gerade mein Auto beleidigt? waspannte. Bei in Use. Das ist ein traur. Verstehen wir. Bei mir auf. Imera her. Ich treu. Ich treu. Ich treu. Ist das ein traur. Ich treu. Ein traur. Ich treu. Aber das hier ist schon ziemlich heftig, guckt euch das an, das zeigt echt alles an, was da vorbeifährt, alles. Große Autos, kleine Autos, da Schild, 25. Und manchmal hat er sogar richtig die richtigen Formen des Autos, da kommt jetzt ein VW, VW, Motorrad. Motorrad. Da ist es. Noch eines, noch eines. Mülltonne, Mülltonne, Mülltonne. Das Allerschönste auf diesem Tesla ist einfach, du kannst einfach die Augen zumachen und aufschlafen. Darf ich bitte aussteigen? Nein. Guckt euch diesen schönen Traktor an. Ja, einfach ganz alleine pfährt. Ey, wie günstig ist Benzin hier? Weiß auch nicht, ich brauch keinen. Viel günstiger als in... Richtige Tesla-Lacher, Alter. Viel günstiger hier Benzin als in Kalifornien. Um ein Dollar. Geil, der guckt uns an beim Aufnehmen. Ah, der will dann Harzeln machen, bist du bereit? Ja. Okay, rennen. Okay, rennen. Achtung, Ludacris-Modus, wo ist der Ludacris-Modus? Hab ich schon drinnen. Den werden wir jetzt verblasen. Guck dir den an. Kannst du so schnell fahren wie der? Fix schneller. Bist du bereit? Mhm. Drei, zwei. Guckt euch diese Häuser an. Schön sieht das aus, du. Einfach toll. Da kannst du dir... Oh, das war ein Waffenladen. Ja. Geil, lass mal welche kaufen. Schön ist das, du. Schön, du. Schön sieht das aus. Florida ist einfach Kalifornien, aber mit Wasser. Aber mit schön. Aber mit mehr Wasser. Ja. Toll. So richtig toll ist das. Das machen wir jetzt eigentlich gerade. Einkommen gehen. Wir müssen essen. Essen! Und zack. Aufs Handy. Umgeschwungen. Braucht man da jetzt eine Maske hier in Florida? Was? Den muss ich jetzt halbein mitnehmen? Ja. Das Sprouts. Den gibt es auch in L.A. Der ist richtig geil. Der ist nice. Der ist sehr nice. Staples. Man kennt ihn auch in Deutschland. Home Depot. Der Baumarkt. Close-up auf die Füße. Ich sehe, du kannst ganz schön viele Fußtricks. Pass an. Okay, ich mache jetzt einfach den Test. Ich ziehe jetzt einfach keine Maske an. Mach irgendwas passiert. Das ist Florida. Das ist der große Unterschied zwischen Kalifornien und Florida. In Kalifornien sofort raus mit dir. Ja. Hier ist so. Mach was du willst wie ein Bastard. Das ist mir scheiße. Ach, hol der Ader. Schön. Ach, nimmst du hier alles, oder? Ja, da sterb ich direkt. Geil. So viele Müsse. Aus Kalifornien importiert. Das ist mein Liebling. Oh, krass. Aber hier für alle Veganer. Das ist mein Liebling. Ich weiß, bei mir sind auch einige Veganer. Das ist doch schon mal ziemlich nice, was es hier an Angebot gibt. Das werde ich heute kochen. Da werdet ihr euch anscheißen. Das ist todesgeil. Ich bin mir sicher, dass ich mich hier anscheißen würde. Blutorangen, oder? Ja, Blutorangen, ja. Aber wieder diese geile Obstabteilung einfach. Obstabteilung... Äh, nee. Lass mich jetzt nach riechen, ist okay. Warte, guter Winkel. Achtung. Richtig gut, richtig gut, ja. Die will ich haben. Aber das ist sogar die... Alter, sieh die immer so groß. Pummelos. 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 Wir brauchen noch schöne, große... Organic. Okay, wir machen jetzt einen Wettbewerb. Wer zuerst ein österreichisches Produkt findet, hat gewonnen. Und wer zuerst ein deutsches Produkt gewonnen hat, hat auch gewonnen. Also ich Deutsch, du Österreich. Scheiße, nein. Okay, Bier. Also wenn ich... wenn Deutsch findet, dann hab ich gewonnen. Was? Na. Ja. Du würdest es jetzt grad umgehen, dann kann ich schnell. Nee, nee, nee. Ich mein, wenn Deutsch, dann gewinn ich. Wer Österreich, dann du. Du schickst, wenn ich was Deutsches gewinnen. Ja, ja. Einfach, weil ich nicht reden kann. Ja, 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 ja. Oh, The Wizard, Alter. Das hier ist mein Bier. Guck. Ja, das ist meins. Ich hab's schon gefunden. Einigen ist nicht deutsch. Was ist eigentlich? Das ist aus Belgien oder so. Was ist eigentlich? Zu zaffeln. Da weiß man ganz genau, dass wir keine Bier drin haben. Ja. Wenn du nicht einmal was drauf... Ne, ich hab da schon mal in einem Video nachgeguckt, weil ich... Holland, nicht Belgien. Aber Holländer verhauen mich jetzt. Und dann ein deutsches Bier. Äh, zum Beispiel Becks. Dragon's Milk. Da fahr ich da über die Zechen. Geil. Zechen. Ah, coole Sachen gibt's hier. Sprouts finde ich echt gut. Also, wenn ihr im Urlaub seid in den USA. Ich glaub, den gibt's in mehreren Städten. Sprouts ist echt ein nicer Laden. So ein bisschen wie Trader Joe's. Also, im Prinzip das Air One, aber mit besseren Preisen. Äh, die Proteinabteilung. Die wichtigste Abteilung, die es gibt. Ja, oh, ist gutes Licht hier. Das ist ein... Wobei, in Deutschland gibt's ja jetzt mittlerweile auch immer eine Supplement-Protein-Abteilung. Aber hier... Vegan, nicht-vegan, alles was man haben möchte. Kollagen. Was hast du schönes gefunden? Hier bei einer neuen veganen... Das ist nicht deutsch. Runter damit. Das ist plant-based. Wir nehmen aber den hier. Weißt du was? Dung. Was das geil ist? Dung heißt der. Ach, schau mal. Nicht witzig? Okay. Das finde ich krass, dass hier so viele plant-based Sachen sind, weil das ist eigentlich so ein LA-Ding. Aber hier auch, so mitten in Florida. Ganz ehrlich? Wie kalt denn das? Dazu muss man wissen, kauft niemals Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel in einem Supermarkt. Die sind immer teurer als online in richtigen Nahrungsergänzungsmittelläden. Solche Sachen, die sind alle viel zu teuer hier. Alles viel zu teuer. Hm, Florida. Wo hat er sich versteckt? Der alte Österreicher. Ah, da ist er ja. Sind's keiner drin? Hallo? Da muss ich mich, glaube ich, gleich anspalten. Das ist extrem grändig. Ganz ehrlich? Ich weiß. Weißt du, warum es so grändig ist? Nein. Weil es schleimig ist. Vielleicht musst du mehr schütteln. Ich hab's schon geschüttelt. Das ist weit entfernt von gut. Ja, das stimmt. Also, sag ich jetzt einfach mal so. Guck mal hier, mobil. Es ist aber auch total clean. Kein Zucker, gar nichts drinnen. Du musst nicht mehr reden. Ich filme mir schon die Benzinstation hier. Wie nennt sich das? Tankstelle. Benzin. Äh. Mmm, Kokos Nussu. Oh no! Oh no! Ein netter Vorgarten, würde ich mal sagen. Dieser Baum da hinten ist so geil. Ich liebe diesen Baum. Und dann vorne am Haus direkt den eigenen Steg. Direkt am Wasser. Super idyllisch. Richtig nice. Und dann sogar das eigene Beet hier. Hä? Hä? Was war das? Wumme. Komisch war wohl nix. Den Infinity Pool hier ins Meer. Hot Tub. Feuerstelle im Pool. So, während Johannes da drüben kocht, gehe ich rüber ins Gästehaus und koche da. Ja, denn auch ein Gästehaus gibt es. Da habe ich mein eines Video gefilmt. Hier mit einer richtigen Seltenheit für die USA. Ein elektrischer Herd. Wow. Hier, wenn ihr nach Florida kommt, müsst ihr damit rechnen. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht auf der Kamera, aber einfach 6000, wieder eine auf meiner Hand, Lückenstiche. Wirkensstiche. heute ist wirklich halloween aber die letzten beiden tage an johannes geburtstag und dem tag davor hatten wir schon zwei halloween feiern quasi einmal harry potter thema theme und einmal einfach nur normal geburtstagsfeier mit kostüm und jetzt ist wirklich halloween und ich bin übrigens nicht wirklich ein kostüm ich habe einfach irgendwas angezogen und eyeliner drauf und das ist jetzt halloween wer sind sie kann ich einmal die papiere sehen bitte hallo was möchten sie möchten sie die barriere falko schmeiß hat geklappt die 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 Wow. So. Hi. So are you here? Yeah. Hi. See you in the kids. That is so so cool. Oh, okay. Okay. What do you think we're all in a boom? I'm a teddy bear. How are you doing? Huh? Wow. Okay. 3, 9, 12, 1. Das Gym. Na, wer kennt dieses Gym noch? Die Leute, die schon lange auf meinem Kanal dabei sind. Bevor mein Kanal dieses Jahr mehr Abonnenten bekommen hat. Die kennen dieses Gym schon. Wo ich immer bei ihm in Los Angeles trainieren war. Das ist das gleiche Gym. Das wurde einfach mal nach Florida gebracht. Ja. Kann man machen. Spring-Schnur, zack, zack, zack. Spring-Schnur? Spring-Schnur. Spring-Schnur? Spring-Schnur. Sagt man auch so auf Österreich, oder? Spring-Seil. Spring-Seil. Seilspringen. Sagst du auch nicht Schnur-Springen, oder? Schnur-Springen? Doch. Geil, echt? Nee, ich liebe Österreich. Aber ja. Das ist die Garage. Pipi-Fan. Alles dort, genauso wie früher. Schön rein trainieren. 3, 4, 9. Ja. Nicht schlecht. Geil. Ich spür's schon. Und das war das erste Video hier aus Florida. An dieser Stelle wie immer vielen Dank an alle meine Patreonen, vielen Dank an alle YouTube-Mitglieder und vielen Dank an alle PayPal-Donationen und natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch, äh, keine Ahnung, was jetzt gerade für ein Tag, wenn ich das Video hochlade? Ich glaub Donnerstag. Also noch eine schöne Woche. Peace. Grieß. ween